Ich möchte mich doch ausreden. H, was für ein... Herzlich willkommen zum Buchstaben-Battle. Und die erste Frage startet natürlich mit A. Was zeigt eine Linienrichterin häufig an, wenn ein langer Ball kommt? Abseit. Richtig. Die Gewerkschaft GDL streikt gerne mal, beispielsweise heute. Bahn. Was für ein... Bahn, richtig. Eine Luxusmarke C, die ähnlich dem Vornamen von Chantal ist, ist... Chanel. Sehr gut. D, wie hieß der Junge, den du im Phäno überrascht hast? Mit D. Devin. Sehr gut. E, Beiname deines ehemaligen Vereins Frankfurt? Eintracht. F, der deutsche Liebsten-Sportart ist... Fußball. G, nicht Nominativ, nicht Akkusativ. Genitiv. Lass mich doch ausreden. H, was für einen Dienstgrad hast du bei der Bundeswehr? Hauptgefreitag. I, in welcher deutschen Stadt hat Audi seinen Hauptsinn? Ingolstadt. J, bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland wurde diese Nation Weltmeister? Japan. K, welches deutsche Topmodel ist mit Tom Kaulitz verheiratet? Heidi Klum. L, welche Mitspielerin von dir trägt die Initialien LL? Lena Lattbein. M, welcher Stadt entreißen wir in dieser Saison wieder den Meistertitel? N, in welcher Stadt spielten wir im letzten Jahr im DFB-Pokal-Achtelfinale? Nürnberg. Sehr gut. O, dein A-Länderspiel-Debüt gabst du wegen... Österreich. P, wie heißt dein oberster Chef bei der Bundeswehr, der natürlich aktuell auch Verteidigungsminister der Bundeswehr... Historias. Q, ein Ensemble von vier Musikern nennt man auch... Quartett. R, mit welcher Spielerin hast du das letzte Reel auf deinem Instagram-Kanal hochgeladen? Mit R. Feli Rauch? Ja. Echt? Ja, S, für wen wurdest du bei deinem Länderspiel-Debüt eingewechselt? Lisa Schmidt. T, wie heißt der Kapitän der Super-Kickers, Käpt'n? Der was? Der Super-Kickers. Keine Ahnung, weiter. Okay. U, eine Gruppierung von Fans, die dem Verein überall hinvoll... Ultras. V, wenn es nach 90 Minuten im K.O.-Spiel weitergeht und unentschieden... Verlängerung. W, wer war bei der Dart-Advents-Kalender-Challenge im letzten Jahr im gegnerischen Team? Dominik Jansen und... Lin Wins? Nee. W? Wer war noch dabei? Ah, das muss sich leider als Fehler gelten, tatsächlich. Jo war's. Ach, stimmt. X, nicht O-Beine, sondern... X-Beine. Wow. Y, dieses Format wird wo laufen? YouTube. Z, ein Charakter der Sesamstraße, der gerne zählt, ist Graf... Zahl. Jawohl. Und dann haben wir noch einmal einen weiter und das war, wie heißt der Kapitän der Super-Kickers, Käpt'n? Mit T... 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 Tsunami? Nein, nicht ganz. Tsubasa. Ach ja, schon mal gehört, aber ich guck's nicht. Aber das war sehr, sehr stark und du hast noch Zeit. 15 Sekunden. Aber wir rocken das Ding jetzt ab, ne? Das war's. Ja, bin zufrieden. Hätte schlimmer laufen können. Astral, danke. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.